Igel, sind die nicht mega-cute? Auf Instagram gibt es gefühlt mehr Igel-Accounts, als Igel Stacheln haben. Und diese Accounts können auch eine Menge Geld einbringen. Wir haben uns einen der größten Igel-Accounts genauer angeschaut. Mr. Pokey. Fast zwei Millionen FollowerInnen. Und er kommt aus Deutschland. Wir wollen wissen, wie geht es den Igeln wie Mr. Pokey dabei? Um das herauszufinden, haben wir sowohl mit einem Tierarzt als auch mit dem Tierschutz gesprochen. Und, Spoiler-Alarm, an diesem vermeintlich süßen Badevideo sind Ihnen gleich mehrere problematische Dinge aufgefallen. Also, schließt alle anderen Tabs, jetzt geht's los. Mal ehrlich, diese kleinen Tiere sind so cute. Kein Wunder, dass ich in ein riesiges Instagram-Loch voller Igel gefallen bin und deshalb alle fünf Minuten diese Geräusche von mir gebe. Awww. Oh, wie süß, der weiß aber auch, wie cute. Der hat ja eine Mütze auf. Ich liebe Igel. Als ich in der zweiten oder dritten Klasse war, haben eine Freundin und ich sogar versucht, einen kranken Igel aufzupäppeln. Ich hätte euch supergerne Fotos davon gezeigt, aber als ich meine Mama danach gefragt habe, hat sie das geschrieben. Hat er sich nicht am Katzenfuttertot gefressen? Das hat dich definitiv verdrängt. Fotos gibt's also keine. Und Instagram gab's damals auch noch nicht. Wer weiß, vielleicht hätte ich ja einen Igel-Account aufgemacht. Und hätte damit vielleicht sogar richtig Geld verdient. Denn aus großer Reichweite folgen große Werbedeals. Also, wie viel kann man mit so einem Account wirklich verdienen? Benedikt S. von Richieero kennt sich mit den Preisen aus, die ein Werbedealfoto auf Instagram einbringen. Er sagte, mit so 150.000 Abos können InfluencerInnen um die 1.500 Euro verdienen. Und Mr.Pokey hat fast zwei Millionen Abos. Vermutlich können BetreiberInnen solcher Accounts also ganz gut davon leben. Wie viel Mr.Pokey tatsächlich verdient, das wissen wir natürlich nicht. Was wir allerdings wissen? Mr.Pokey ist auch bei TikTok und erreicht dort über eine Million FollowerInnen. Naja, genau genommen Mr.Pokey der Zweite namens Herbie. Mr.Pokey der Erste starb 2019 leider an einer Infektion. Die Message des Accounts bleibt mit Herbie die gleiche. Be happy and smile. Doch auf diesem TikTok-Account haben wir etwas Problematisches gefunden. Dazu kommen wir gleich. Schauen wir uns erst mal den Merch-Shop an. Wir sehen dort den kleinen Mr.Pokey als Plüschtier, als Kalendermodel oder auf Postkarten. Was wir aber auf all diesen süßen Bildern von vielen Igel-Accounts wie Darcy, Lionel, Azuki und viel mehr nicht sehen, wie aufwendig es ist, so einen Igel wirklich artgerecht zu halten. Und dazu kommen wir jetzt. Igel sind nämlich keine Spielzeuge, sie sind Wildtiere. Und TierschützerInnen sehen bei diesem, ja, nennen wir es Insta-Trend, deswegen auch echt ein Problem. Wir verfolgen den Igel-Trend natürlich so ein bisschen kritisch. Und wenn sie dann noch auf so einer Plattform wie Instagram präsentiert werden, in Szene gesetzt werden, dann geht so ein bisschen der Blick verloren für die Bedürfnisse, die das Tier eigentlich hat. Und die Bedürfnisse sind viel höher, als man bei den kleinen Tierchen denkt. Igel wie Mr.Pokey sind afrikanische Weißbauchigel. Die einzigen, die wir in Deutschland legal halten dürfen. Die passen in meine Hand und ihre Stacheln tun auch gar nicht so weh. Der Igel, den ich damals aufgepäppelt habe, war wahrscheinlich ein einheimischer Braunbrustigel, der bei Kälte Winterschlaf hält. Den dürfte man gar nicht als Haustier halten. Zurück zu den Weißbauchigeln. Die leben eigentlich nur in sehr warmen Savannen oder Buschgebieten. Für so einen Igel ist es in Deutschland ungefähr so, wie für mich in der Arktis. Diese Kälte ist unerträglich. Warum halte ich eigentlich keinen Winterschlaf? Die kleinen Wildtierigel haben es in ihrer Heimat also deutlich wärmer. Bei uns brauchen sie ein Terrarium mit Wärmelampe. Das sollte eine Mindestgröße haben und nicht aus Glas sein, damit die Igel sich verstecken können. Das machen sie gerne, weil sie nachtaktiv sind. Und nachtaktiv heißt richtig aktiv. Nachts liegen sie nämlich in freier Wildbahn bis zu fünf Kilometer zurück. So ein Igelrevier ist mindestens so groß wie etwa anderthalb Fußballfelder. Das gilt übrigens für alle Igelarten. Bei einer Körpergröße der Igel von durchschnittlich 16 Zentimetern wäre das proportional zur Körpergröße ... als würde ich jede Nacht 50 Kilometer joggen. Wenn man sich vorstellt, dass so ein Tier jetzt regelmäßig in seiner Tag-Nacht-Aktivität gestört wird, da also permanent irgendwie aus dem Schlaf gerissen wird, vor Kameras posieren muss, kann man sich vorstellen, dass das eben auch gesundheitliche Folgen hat. Permanent aus dem Schlaf gerissen werden, mit einem großen Stress. Immer wieder in eine Rückenlage gebracht zu werden, eine Lage, in der die Tiere ja eigentlich gegenüber Raubtieren angreifbar sind, bedeutet Stress. Ob Mr. Pokey gestresst ist? Talita Giernus, die Besitzerin des Mr. Pokey-Accounts, sagte in einem Interview 2016, dass er zwar manchmal Star-Allüren habe und seine Stacheln aufstelle, klingt für mich schon ein bisschen gestresst. Allerdings lasse er sich mit Mehlwürmern bestechen und beruhige sich durch Bauchkraulen. Also doch alles fein? Ich meine, für mich von außen sehen diese Igel immer sehr süß und entspannt aus. Es ist leider häufig so, dass wir als User das menschliche Verhalten auf das Tier projizieren. Wenn ich zum Beispiel einen Igel sehe, der gekrault wird oder massiert wird, dann erscheint das den Nutzern als süß, als niedlich. Sie haben den Eindruck, der Igel genießt das. Aber das ist halt meine eigene Denke, die ich sozusagen übertrage. Und für den Igel bedeutet es in dem Moment vielleicht auch einfach großen Stress. Wir denken also, diese Igel sind echt happy. Was sie vielleicht wirklich denken? Außen lache ich, innerlich weine ich. Naja, das kann ich nicht wissen, weil ich bin kein Igel. Eine weitere Gefahr beim Igel-Hype ist der Nachahmungseffekt. Also, dass Igel-Fans selbst einen adoptieren möchten. Also haben wir recherchiert und herausgefunden, wie die meisten Weißbauch-Igel gehalten werden. Und bei den Ergebnissen dachte ich mir so, what the ... Laut einer Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft werden Weißbauch-Igel in rund 70 Prozent der Fälle in einem zu kleinen Gehege gehalten. Und über 60 Prozent der BesitzerInnen geben dem Tier nicht das richtige Futter. Und wie falsch Weißbauch-Igel tatsächlich gehalten werden, sehen wir an einem der 1.000 Videos im Internet, in denen Igel gebadet werden. Wie hier Mr. Pokey. Muss man einen Igel wirklich baden? Laut den Empfehlungen eines Igelzentrums zur Haltung von Weißbauch-Igeln in Gefangenschaft ist Baden völliger Unsinn. Und das weiß auch Talita Girnus, die BesitzerIn des Accounts. In diesem Interview 2016 sagte sie nämlich, die dümmste Frage war, mit welchem Shampoo ich meinen Igel denn waschen würde. Igel müssen nicht gebadet werden, sie halten sich selbst sauber. Solche Anfragen würden sie sogar manchmal wütend machen. Und was macht sie in diesem Video? Herbie baden und bekommt über eine Million Likes dafür. Wir haben das Video dem Tierarzt Carsten Schiller gezeigt. Er ist Vorsitzender des Pro-Igel e.V., einem bundesweiten Igelschutzverein. Seine Einschätzung? Herbie zeigt hier Zeichen von Stress. Er atmet sehr schnell. Außerdem stupst sie ihm mit dem Shampoo auf die Nase. Der Tierarzt sagte, Herbie reagiere darauf mit einer Abwehrhaltung. Außerdem sei es auch nicht gut für seine empfindlichen Schleimhäute. Und ihm fiel noch etwas anderes auf, Herbys Augen. Die traurige Ferndiagnose des Tierarztes, Fettleibigkeit. Seiner Einschätzung nach wird Herbie falsch ernährt. Das sei an den herausstehenden Augen erkennbar. Die sind laut dem Tierarzt keine niedlichen Cola-Augen, sondern durch Fehlernährung bedingte kranke Augen. Wenn das Tier nämlich zu fetthaltig ist, lagert sich das Fett hinter den Augen an. Und das schiebt die Augen dann so heraus. Zum Vergleich, hier ein afrikanischer Weißbauchigel ohne verfettete Augen. Igel in Gefangenschaft können also aufgrund von falscher Haltung und falscher Ernährung nicht nur gestresst sein, sondern auch krank werden. Aus diesen und anderen Gründen gelten die Tiere als Haustiere, die sehr schnell sterben. Häufige Todesursachen, falsche Ernährung, Tumore und eine unheilbare Nervenkrankheit. Etwa die Hälfte der Weißbauchigel entwickelt schon mit zwei bis drei Jahren Tumore. Eine Igelexpertin bezeichnet die Tiere sogar als kleine Krebsfabriken. Die Nervenkrankheit, die ich eben erwähnt habe, heißt Wobbly-Hedgehog-Syndrom. Frei übersetzt Wackeligel-Syndrom. Dieses Syndrom ist ein Todesurteil für die Igelchen. Laut Lea vom Tierschutzbund tritt diese Krankheit nur bei Igeln auf, die als Haustiere gehalten werden. Die Symptome Krampfanfälle, Verlust der Körperbeherrschung, Schluckbeschwerden, vollständige Lähmung, wie etwa in diesem Video. Woher diese Krankheiten genau kommen, ist nicht nachvollziehbar. Der Tierschutzbund sieht Inzucht als mögliche Ursache. Nahverwandte Tiere paaren sich und geben ihre gesundheitlichen Probleme weiter. Und manche ZüchterInnen machen ungefähr genau das Gegenteil von dem, was für die Tiere gut wäre. Ich könnte mir aus den USA einen Weißbauch-Igel in Schokolade, Zimt, Schneeflocke oder Albino einfliegen lassen. Wir alle, die keine Igel-ExpertInnen sind, können jetzt natürlich nicht sehen, wie es all den Igeln auf Instagram wirklich geht. Also haben wir die Besitzerin von Mr.Pokey gefragt, wie sie zu unseren Rechercheergebnissen steht. Bisher haben wir aber keine Antwort bekommen. Sollten wir noch was von ihr hören, dann schreiben wir es in die Kommentare. Okay, ich frag mich jetzt schon, ob ich mir überhaupt noch Igel-Bilder auf Instagram anschauen sollte. Also ohne schlechtes Gewissen. Laut Tierarzt Carsten Schiller vom ProIgel e.V. gibt es da keine einfache Antwort. Ein Fotoshooting mit Igeln muss keine Tierquälerei sein. Die Rückenlage? An die kann sich ein Igel gewöhnen. Wobei ich mich schon frage, ob man einen Igel an eine so unangenehme Position gewöhnen muss. Massagen können ihm sogar gefallen. Das Baden dient laut Tierarzt und überwiegend dem Zweck, den natürlichen Körpergeruch des Igels zu minimieren oder ihn für Film- und Fotoaufnahmen hübsch und sauber aussehen zu lassen. Es liegt also im alleinigen Interesse der IgelhalterInnen und nicht im Interesse der Igel. Ein feuchtes Tuch oder ein Fußbad würden ausreichen. Und Fotos am Tag? Das Tageslicht selbst schadet den Augen zwar nicht, allerdings sind sie dadurch ständig in ihrem Nachttagrhythmus gestört. Was wie gesagt großen Stress bedeuten kann. Auch der Tierschutzbund hat die Diskussion, ob Bilder okay sind, mit vielen anderen BetreiberInnen von Tieraccounts. Ein paar Fotos zu machen am Abend, um sie mal mit seinen FreundInnen zu teilen, sei nicht so schlimm. Die rote Linie sei aber immer dort überschritten, wo ein Weißbauchigel zu etwas genötigt wird, was er in der Natur nicht machen würde. Dazu zählen Kleidung oder Kostüme, dazu zählen Schaumbäder und dazu zählen Bilder am Tag, für die der Igel geweckt werden müsste. Wo sich Tierarzt und TierschützerInnen, mit denen wir geredet haben, einig sind, einen Weißbauchigel artgerecht als Haustier zu halten, das ist sehr, sehr, sehr aufwendig. Wir sprechen uns als Deutscher Tierschutzbund grundsätzlich gegen die Haltung von exotischen Wildtieren in privater Hand und damit eben auch gegen die Haltung von Weißbauchigeln aus. Und ja, auch ich folgte Mr. Pokey. Natürlich finde ich die cuten Igelbilder immer noch toll. Aber diese Recherche hat mir gezeigt, wie schlecht das eigentlich für die Tiere sein kann. Ich bin ziemlich schockiert, aber ich war ja die ganze Zeit Teil des Problems. Das Mindeste, was ich jetzt tun kann, ist, diesen Accounts zu entfolgen. In der Infobox haben wir euch einen Leitfaden verlinkt, wie ihr Tierleid auf Social Media erkennen könnt. Statt sich einen Weißbauchigel als Haustier zu nehmen, könnt ihr unseren einheimischen Braunbrustigeln helfen. Und zwar besser als ich damals. Solltet ihr nämlich jetzt im Winter einen finden, am besten direkt eine Igel-Auffangstation anrufen. Wenn ihr mehr zum Thema Tierquälerei erfahren wollt, dann schaut euch doch mal dieses Video von STRG-F an. Und wie man Stress reduziert, das haben wir uns hier angeguckt. Da geht's um Meditations-Apps.